Und überrascht waren viele auch in der CDU, als die Frage nach Koalition aufkam. Und da hat es ja, Friedrich Merz ist zumindest nicht ausgeschlossen, auch mit den Grünen Gespräche für eine mögliche Koalition nach Wahlen zu führen. Sehen Sie das auch so? Ist doch völlig normal. Ich sag mal, so wie Boris Rhein das gemacht hat in Hessen, dass man natürlich mit allen redet, weil man will doch CDU pur möglichst vollständig durchsetzen. Und wenn sie nur mit einem reden, hat er sie doch in der Hand. Also es ist doch total normal, dass man offen mit allen reden muss. Das ist zentral. Dazu zählen auch die Grünen, ja. Aber klar ist natürlich auch, auch das hat Friedrich Merz deutlich gemacht, dass die Grünen in dieser Ampel am weitesten von uns entfernt sind. Also wenn wir jetzt diese Legislaturperiode sehen mit diesen Grünen, hätte es nie einen Koalitionsvertrag mit uns gegeben. Sie verunsichern einfach das komplette Land. Dieses Heizungsgesetz hat dazu geführt, dass das komplette Land verunsichert ist. Völlig realitätsfremd. Das ging so weit, dass die Menschen so verunsichert waren, dass wir in den letzten Jahren so viele Gas- und Ölheizungen verkauft haben, wie selten zuvor in Deutschland. Das Gegenteil wurde erreicht. Das ist schon eine Partei, die so ein bisschen, ja, ich würde sagen, das Top-Down-Prinzip lebt. Ich entscheide oben, wie es unten zu funktionieren hat. Und wir gehen von unten nach oben. Wir sehen den Menschen. Und deswegen kann ich mir das mit diesen Grünen so nicht vorstellen, dass man mit denen eine Koalition macht oder gemacht hätte. Aber natürlich werden wir nach der Wahl mit allen reden. Aber diese Grünen, mit denen geht es nicht. Klingt so ein bisschen so, als hätten Sie, Friedrich Merz, davon gerne abgeraten, in seiner Rundmail allen zu verkünden, dass man mit den Grünen koalitionsoffen sein muss. Friedrich Merz hat selbst in der ARD es deutlich gemacht, dass es mit diesen Grünen nicht geht. Es war ein Bericht aus Berlin. Und gleichzeitig hat er gesagt, natürlich, wie Boris Rhein auch, reden wir mit allen. Und diesen Weg gehen wir. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ihn viele kritisiert haben, wo er gesagt hat, es ist unser Hauptgegner in dieser Regierung. Da gab es ja viel Kritik. Und als er gesagt hat, die Grünen sind Hauptgegner, davon will zwar heute keiner mehr was wissen. Aber es stimmt, die Grünen sind in dieser Ampelkoalition am weitesten von uns entfernt. Können Sie es da vor diesem Hintergrund nachvollziehen, dass seine Mail wesentliche Teile der Partei verstört hat? Die Mail hat zum Ausdruck gebracht, liebe FDP, strengt euch an. Sonst kriegen wir keine bürgerliche Mehrheit. So ist es. Und das kann ich nur an dieser Stelle wieder betonen, hat Friedrich Merz völlig recht. Ich finde eine bürgerliche Mehrheit richtig gut für Deutschland. Ich glaube, die braucht es jetzt. Und dafür braucht es auch eine starke FDP. Und darauf wollte er hinweisen. Also es ist eine klare Absage, wie auch der CSU-Vorsitzende Söder sagt, keine Koalition mit den Grünen. Nochmals, ich habe klar gesagt, dass wir nach der Wahl natürlich mit allen reden. Wir werden auch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn du nur mit einer Partei, mit einer Fraktion redest. Also ich finde, Vorbild ist da Boris Rhein. Der hat das exzellent gemacht. Der hat eine Regierung gehabt mit den Grünen, hat dann mit der FDP sogar gesprochen, mit den Grünen gesprochen, mit der SPD und hat sich dann für die SPD entschieden. Ja. Vielen Dank.